Filmmusik Filmmusik ist was, was in meiner total unterschätzt ist. Und vor allem die Musiker und Musikerinnen dahinter, die hat man gar nicht auf dem Schirm. Man kennt zwar jede Musik, aber die Leute dahinter nicht. Und ich wollte so einen Raum kreieren, in dem genau das und genau die Leute wertschätzt werden. Die Filmmusik ist immer ein Gewerk, was ja sehr mit unterbewussten Mitteln arbeitet. Dementsprechend ist es vielleicht auch nicht so sehr im Fokus. Und umso schöner, dass bei so einer Veranstaltung wie heute das mal so bewusst wird. Und ich würde mir wünschen, dass diese Veranstaltung heute Abend so richtig in die Welt hinausstrahlt. Und ganz viele Menschen auch in den nächsten Jahren diesen Preis sehen und diese Veranstaltung sehen. Jeder Beitrag hat auf seine Art und Weise etwas Besonderes dazu beigetragen, den Abend rund zu gestalten und so fantastisch zu machen. Das ist ja die einzige Gelegenheit in Deutschland sozusagen von Filmkomponisten geehrt zu werden. Ich finde es unglaublich, was hier jedes Jahr aufgezogen wird. Und ich würde mir wirklich von Herzen wünschen, dass alle Menschen nach Halle kommen und sehen, was es hier für eine Gemeinschaft gibt, auch an Filmmusikern. Es wird heute so oft deutlich, dass Filmmusiker auch irgendwie besondere Menschen sind. Die Welt vom